Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Das Parking-Business befindet sich in einem drastischen Wandel. Parkhäuser werden zu Smart Mobility Hubs, digitalisierte Parkvorgänge mittels Kennzeichenerkennung, Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge, Integration des öffentlichen Nahverkehrs oder das Angebot smarter Mobilitätsmöglichkeiten für die letzte Meile. Parken – kompakter und einfacher denn je. Scheidt & Bachmann begleitet den Wandel des Parkens seit über 50 Jahren. Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir das notwendige Wissen und eine sichere Beständigkeit, auf die Sie sich verlassen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von uns bekommen Sie die besten Produkte, die beste Beratung und den besten Service aus einer Hand. Scheidt & Bachmann – Leader in Smart Parking Solutions. Wir sind für Sie da, lebenslang und weltweit. Höidt & Bachmann – Leader in Smart Parking Solutions. Höidt & Bachmann – Leader in Smart Parking Solutions. Von uns bekommen Sie die beiden mit 8,5-3-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-9-8. Untertitelung des ZDF, 2020